Mundo. Gehe ich hier trotzdem mit der HLT? Ich meine, das ist Mundo Support, oder? Das kann auch niemand anders supporten. Dann ist der HLT korrekt, oder? Das ist Akali Support. Rache. Shit. Boah, ich mag meine Zeit, das sehr gerne. Ich muss den Mundo aber ignorieren. Ich muss zumindest Jumos Collector gehen. Jumos Collector, I. Lord Dom's BT wird, glaube ich, voll bezahlen. Und dann werde ich halt irgendwann Items verkaufen. Also, da fällt Items verkaufen. Er hat als Mundo Support, was auch keine schlechte Annahme ist bei der Undraft, denke ich. Service Gigadet, oder? Ehe nicht. Ich glaube, Gigadet wird dann. Wait, what? Für mich war das Horrible übrigens, ne? Ich habe einen Assist bekommen und habe drei Ways oder so gemisst dafür. So, was aber jetzt da? Guter Hit. Was ist der, das? Boah, sehr schönen Hit. Einmal hielt der Mann jeden Spell, dachte ich, ja. No way, dass der es nicht blockt. Du bist so schlecht. Ich hätte weglaufen sollen, my bitch. Ein Jhin ist 1D und du läufst nicht intuitiv vor das Ashe. Das ist schwer, aber schön. Schön, 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 schön. Oh mein Gott, der Typ ist so schlecht. Ist tot. Ist auch tot. Oh, ja, ist die wütend. Sehr gut. Ah, das war super gut für mich. Oh, wichtig. Oh, wie flau gemacht sie hier. Das Service oder Last, Junge. Warum ist es egal? Wie sagt er zunächst mehr? Ja, natürlich. Wie? Wie ekeleis. Der heißt sogar Seraph. Ach du Scheiße, es kracht ja komplett. Das ist ein Seraph OTP. Boah, das ist übel. Das ist schon der Macher, das hat er echt gut gespielt. Also, wenn ich dem Mundo nicht begegne und der ist 2,5, bin ich hier echt komplett fein mit meinem Bild. Alle anderen werden keine Armor kaufen. Okay, der hat jetzt Tabis gewascht auf Arcadis Support. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Das Rexhaie einfach den Dragstar, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es gut ist. Sehr schön, Jungs. Nicht unbedingt schön von mir gespielt, aber mein Team hat mich. Der Mundo hat auch schon losgelassen, das ist ja gut. Keine Bootswilse sind doch important gegen Ash, oder? Können wir machen, ja. Er hat ja mal so gutes Gold, so gut passendes Gold für andere Items. Wie kann ich denn das missen eigentlich? Ich weiß nicht, dass ich mit Jumos genug Move-Speed-Up-Face brauche. Ich halte 412 Move-Speed out of Combat. Also, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Böner ist. Und dort. Kürzlich. Kürzlich. So, eine gute Änderung, das Reckside will jetzt alle Knock-Up, nicht nur First-Target, das fand ich schon immer so komisch, das sah immer so scheiße aus, da überlegen mit Boots auf jeden Fall, die Situation, jetzt gehe ich, äh, AI. Also, als 30-Gin ist man auch nicht so abhängig davon, dass man in der Range von Gehnern ist, da sind Swifties auch nicht ganz so gut, wie wenn man jetzt Crit wäre. Also, als 30-Gin braucht man halt eigentlich nicht unbedingt Swifties, weil man eh schon so viel Movement-Speed hat durch Humus, Out-of-Combat, und eigentlich ja nur ein B-Bot ist, und nicht wirklich in die Range von Gehnern kommt. Auf Crit-Gin fühlen sich Swifties noch deutlich besser, da haben wir auch mehr das Gefühl, dass man sie unbedingt braucht. Ja, aber ich glaube halt, der Mundo wird das Belocken tatsächlich dann holt. Ah, ich spiele halt so, als wäre ich gekriegt, na. Okay, okay. Die Exha hat sie mal überlebt. Gutes Exhaust. Die Life-Rack von der Exha ist crazy, oder? Oh mein Gott, das ist ja auch so ein Inter. Ach du Scheiße. Oh, das ist ja auch so ein Inter. Nein, weil du nicht in Vego die V-Range gibt, haben die so ein Problem. Ich laufe da mal Full-Speed hin. Na. Es ist krass, was für einen Grundschaden Akali hat, ne? Ja, es ist wirklich crazy. Und darf halt echt nie Akali-Aid werden, auch nicht von uns das Support Akali. Erstes Play war immer noch positiv, weil ich Zeit gekauft habe und Erschs geflasht. War jetzt nicht Horror-Bürse. Weil er etwas zurück zu der Glatte. Und Neo da, wieder winning Top-Lane. Neo da. Schade. Schade. Wer lebt denn hier, ne? Er ist tot. Ich bin sein Hintermann. Ich laufe irgendwann nur noch runter. Hinter ist vorhin wie zu niemals, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, und das ist mal wieder Objective-Spiel, bitte. Und nicht einfach flippen. Die scheinen auch zwei Hände zu haben. Das ist jetzt gleich, Ganesh, 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 Ganesh. Das ist der Markrod hier. Sehr schön. Ich bin so ein Bastard. Was tue ich denn hier? Alter, meine Konstellation ist sowas von nicht da gerade. Ja, wir hätten gefühlt. Aber warum laufe ich denn da nochmal ran? Wenn der bleibt... Na, for God. No way, das wird da wieder nukingen. Ach, du scheiße, Rexall. Aber doch alles gut. Dann laufe ich einfach nochmal ran, ohne Grund. Oh, nee, oder? Ich ende der Mann. Jetzt haben wir auch noch Wind Condition Drake. Okay. Endet, boys. Let's go. Alter, er spielt das nicht wirklich, oder? Normalerweise. Er kann nicht sofort. Naja. Oder nur Filz. Dann haben wir es auch schon aus kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Wenn ihr das Best of Februar, was morgen kommt, als YouTube-Video nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und bis morgen. Kuss, kuss. Nico kann das klar haben. Ja, ich glaube, es ist Liebe.